Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Left 4 Dead 2 mit Melody. Ah, Red Bull, ist ja immer schön. Verleihung fliegen. Und es tut mir leid, dass ich letzte Folge nicht abmoderiert habe, aber ich habe mich verdrückt. Ich wollte auf 7 drücken, weil dann angezeigt wird, beziehungsweise ich habe auf 7 gedrückt vorher, als ich gesagt habe, jetzt haben wir erst 5 Minuten, weil ich mir da die Statistik angezeigt, äh, entzeigen habe lassen, wie lange wir schon aufnehmen. Die wollte ich wieder Mac machen, aber habe unabsichtlich auf die Aufnahmetaste gesmasht und dann beende ich die halt und das wollte ich nicht. Und, ja, äh, sorry. Kommen Nassai! Head to the North to Echo. We deserve this. Maybe you did. I didn't do anything. Head and get to Echo forever. Black and safe zone. Do not go. Army swarmed farm is... ...this? Farm is worse? ...wilch! Oh, oh, Zombiewelle. Haha. Die Händchen sind schon fast weg. Okay, passt. Wir können starten. Huuuuh! Huuuuh! Nico! 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 Stop! Wir müssen noch das... ...dein Stockwerk durchsuchen. Ah, Stockwerk durchsuchen. Hier gibt's Waffen. Wappen! Taps der Pompe! Oh, geil! Hier gibt's Waffen! Hier gibt's Waffen! Oh, Anime Automat! Ah! Warte, 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 warte. Hust, warte. Ich komme! Ah! Welchen hast du, Natunia oder den Elfenlied? Ich hab den Elfenlied. Ich hab den Natunia aktuell. Alles klar. Oh, jetzt hat die ein Loch in der Nase. Wie kannst du nur? Ja. Fick dich, Nico. Okay, okay. Da gibt's ne Elf hier, Cyrax. Jawoll, mit Stat-Track. Das hat leider nicht funktioniert. Da ist ein Hunter. Wär natürlich nice, wenn die Cyrax, äh, Winter Stat-Track funktionieren würde, ne? Das wär richtig lustig. Achtung! Not enough! Okay. Da ist ne AUG. Bei mir ist das keine AUG. Melody, bist du bereit für Dubstep? Komm her. Moment, Moment. Da ist, da ist Adrenalin. Da ist die 3-Monats-Sprecher. So. Nico! Ja, komm, ich hab grad'n Gasflasche in der Hand, die musst du noch töten. Drei, zwei, eins. Ja, dort ist die... Da ist das was falsch. Das sind Pillen! Das sind Pillen! Da, ich hab' da. T computers. Hinter dir! Interesting. Also... Ich hab' da. Ich hab' da. participate in ca. Wir müssen den Schalter finden. Ah, du hast schon Pillen. Welchen Schalter? Den Schalter, den den Alarm ausschaltet. Komm, komm, komm. Wir müssen weiter. Oh, er hat von alleine aufgehört. Nein. Ich glaube, ich weiß, wo wir lang müssen. Scheiße. Da ist eine Sniper. Soll ich snipern? Deine Entscheidung. Ich bleib bei der M4. Ja, ich hab aber... Wie viel Schuss hast du noch für die M4? Ich hab 50 und 167. 219. Ich hab nämlich Angst, dass mir die Munition ausgeht. Ich hab 219. Bin ich ein guter Sniper in Left4Dead? Hier geht's Waffen! Äh, was würdest du sagen? Bin ich ein guter Sniper oder nicht? Ich schaue jetzt auf dich. In CSG auf jeden Fall. Hier weiß ich gar nicht. Ich bleib da. Warte, da ist irgendwo... Ich bin der Train, ähm... Gänger, ne? Ist ja auch meine Lieblings-Map in Counter-Strike. Ich bin runtergefallen vom Train. Okay, hier geht's schon mal nicht weit, wa? Ich glaube, ich weiß, wo wir lang müssen. So, ähm... Ich hatte... Ich hatte gesagt, ich glaube, ich weiß. Habe ich ja auch zitiert. Ich muss die Sniper nehmen. Ich hab zu wenig Schuss im Endeffekt zum Schluss dann. Weil ich rumballere wie so'n Verrückter. Hab nur noch 86. Da ist irgendwo ne Witch. Was? Ne Witch? Ich drück dir einen Headshot. Ich bin für die Witch zuständig. Ich bin für die zuständig, dass ich die aufschrecke. Da ist sie. Ich hab sie gesehen. Ich kann nicht schießen grad. Ah! Meine Maus. Okay, jetzt geht's hier wieder. Okay, bist bereit? Muss sagen, wenn's bereit bist. Ja, warte. So. Ich bin dafür zuständig. Ich hau die um. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Ja, falls ihr euch fragt, warum die Witch bei mir so komisch ausseht, ähm, wer Killer Kill gesehen hat im Anime, der kennt diese Kreatur. Oh, ich hab... Also die Aufnahme muss ich mir aussehen... Ansehen. Au. Echt, warum? Weil die Witch anders aussieht. Au. 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 Ich kenn nämlich Killer Kill. Du kennst Killer Kill? Ja, ja. Ja. Ähm, ich... Die eine, die, ähm, die mit der komischen Augenklappe da, so mit dem einen zu und auch. Nee. Die mit den, mit den eingelockten Haaren. Ehrlich jetzt? Ja. Das ist die Witch. Okay. Also die, die gegen Ding kämpft gegen... Ja, ich weiß schon wen. Äh, Hilfe! Aber Killer Kill, muss ich sagen, war ein geiler Anime. Zumindest war es echt genial, als, ähm, als, äh, wie hieß die noch schnell, der Hauptcharakter? Ja. ASTRX oder so, irgendwie, ne? Ähm, als die dann quasi die andere Uniform angezogen hat, von der Schul, äh, Schefin, da, und dann halt voll zum bösen Menschen quasi wurde. okay ich fand das ich fand das richtig geil irgendwie ja das hat gerade ausgesehen wie eine m4 1s varicamo dabei war es eine xyrex okay ich bin anscheinend nicht so ein toller ich kann mich daran irgendwie erinnern als ob wir das schon mal gespielt hätten was also ich kann mich an dem ort das tag und die night content musik funktioniert schon wieder ich habe keine modi weist vorbei und die night content musik funktioniert schon wieder nicht wir brauchen eine neue tank musik also bei mir hat sie funktioniert weil ich hatte keine tank ich mache die musik lautstärke jetzt ein bisschen höher louis bleibt einfach drin stehen in dem scheiß bett interessiert denn louis doch nicht und heilt sich dann die sau deine aufgabe louis ist dein medipack so lange mit ihr rumzuschleppen bis wir geheilt werden müssen auch p90 nein okay nico verheil dich und komm rein nico komm rein und verheil dich gib mir mal wer deckung gib mir mal wer deckung was hier gibt's waffen warte kommen aber noch viele special zombies au nein es geht gleich weiter ja leute ich danke euch fürs zuschauen und hoffe ihr schaltet auch beim nächsten mal wieder ein ciao uuuhu uuhuuhu Untertitelung des ZDF, 2020